Ich bin ein sehr, sehr ruhiger Mensch, der viel Zeit zu Hause auf jeden Fall verbringt. Aber ja, ich interessiere mich auch für Basketball. Ab und zu gehe ich auch ein paar Körbe werfen. Ich denke schon, dass es Parallelen gibt zwischen Fußball und Basketball. Auf jeden Fall kann man sich von Spielern motivieren lassen. Nur mal als Beispiel genannt Kobe Bryant, der Unglaubliches geleistet hat.